In der Lobby, in 1, 2 Sekündchen. So, jetzt müsst ihr mich nochmal bedienen. Ah, ich bin schon wieder bei der Strecke. Ist drin, ja, ja. Perfekt. Ich habe mich also nicht vollständig rausgeschmissen. Du musst ja proaktiv das Team verlassen, oder wir verlassen das Team proaktiv, also. Ah, okay, ich verstehe, ja, okay. So, ja. Ready? Ja, ja. Ja, mehrheitlich. So, perfekt. Du hast deinen Film ja sehr gut. Ja, nice. Ja, nice. Hey, Chloe. Chloe hat Geburtstag? Chloe, du hast Geburtstag? Alles Gute, Chloe. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Chloe, Happy Birthday to you. So, ich habe mir auch noch ein paar neue Switch. Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe. Tastatur bestellt. Das heißt, ich werde also die Haupttasten wie W, A, S, D, Shift, STRG und Leertaste werde ich definitiv silencen. Wie alt wird denn die liebe Chloe, wie alt wird sie denn? Wie alt wird sie denn? Hast du da so einen geringen Schwellenwert, weil das ist ja eigentlich nicht so laut, oder? Das ist eine mechanische Tastatur? Oh, das klickt halt. Ach so, so eine mechanische. Ja, ich kenne das. Die hatte ich auch, ja. Zwölf. Hört ihr das? Ja. Wo gehen wir denn hin? Achtung. Mikro ist schon raus irgendwie. Mikro hat gedrückt, weil er auf der Tastatur rumgedrückt hat. Ja, genau, Marcel. Ja, dann lass uns doch hier runtergehen. Dann machen wir hier die... Oh Mann, das tut mir leid. Da geht's schon los. Das wird eine tolle Runde. Chloe, zwölf. I'm very sorry. Kappa. Scheiße, ich habe elf gedrückt. Also, lass mal Poschinski-Licks liegen, da geht's. Oder, ja, splitten wir, ist gut. Ich nehme... Oh, scheiße, bei der Halle ist schon einer. Aber nur einer sehe ich. Also, ich sehe nur einen. Ja, ich gehe hier aufs Hausdach, komm. Oh, Punktlandung. Voll clever. Danke, Chloe und Mathe. Aha. Oh Mann, ey, das ist natürlich richtig nice gewesen jetzt. Das war richtig toll, ja. Einfach mal... Guckt, Jungs, wie laut's ist. Und direkt... Jump down. Das war super. So, ich höre ihn schon rumwabbeln hier. Ich höre ihn schon laufen. Der kommt mir gleich entgegen und bringt mich vermutlich um, wenn es jetzt nicht gerade sehr low ist, der da läuft. Er hat positiv denken. Wollte gerade sagen, Mensch, Junge. Oh, da ist er, ich sehe. Ich muss sagen, du killst ihn. 23. Achtung, Nates. Okay, nice. So. Der hat auch noch nichts gefunden, oder was? Dann gehe ich hier mal runter. Nö, nö. Der hat, glaube ich, gerade einen Smoke geworfen. Nee, das war ich, zwei Stück. 23 also, Chloe. So jung bist du. Der war alleine. Ja. Oh, zwei hat er mitgenommen. Ja, der hat mir einen guten Kopfschlag verpasst. Dann hast du aber einen Elm schon. Nö. Ja, der hat ja nichts gehabt. Matta, wegen mir können wir zu den Jungs gehen. Ich habe eine M4 und eine Mini. Ja, ich habe eine M4 und einen Crossbow. Hier ist eine Mikro-Uzi, wenn du dir die noch holen willst. Mikro-Uzi. Ja. Und zweier Rucksack. Nee. Nee. Oh, Vierfach-Scope habe ich noch. Ja, ich auch schon. Ich habe auch schon eine M4. Ich habe einfach eine M4 mit dem Gedöns. So jung bist du. Kommst du? Ja. So jung bist du. Gut, ich habe eine EMP-Schwarzen. Und du, warum du nie was in den Film gehört hast, Cookie? Ich habe eine Ambus. I don't know. Ich kenne ihn nicht. Ich gucke mich mit dem Trailer an, aber wird es wahrscheinlich eh nichts für mich sein. Von daher. Echt? Krass. Markus hat immer gesagt, du bist älter. Hast du nicht mal gesagt, du bist über 30, Chloe? Ich meine, du hättest mal sowas erwähnt. Ja, wenn es eh nach Osten war. Markus hat gesagt, du bist über 30. Ich weiß nicht. Ich schätze das Alter von Frauen nicht, weil man das nicht macht. Frauen sind generell immer zwischen 18 und 20 Jahren alt. Guck dir Cookie an. Cookie ist auch erst 21. Oh, Pupu. Hey, Prem. Hey, ich habe drei Mods hier. Das ist eine Seltenheit. Komm, wir feiern das. Hi. Hi, Pop. So, wo sind die Gegner, Jungs? Wir sind da. Der eine der Hilfer, der ist tot. Ach so. Aber ihr seid gar nicht, Puschinki. Stimmt, ihr seid gar nicht. Nee, nee. Dann gucke ich doch von... Wird da geballert? Ja, ich bin gerade am gucken. Das neue Fieriscope ist richtig nice, ey. Haben die das schon wieder geändert? Das ist alles schärfer und größer und so. Das ist... Oh, realistisch. Das ist richtig... Ich finde es richtig nice. Also wir müssen eh durch Puschinki oder an Puschinki. Ich habe gerade gar kein Update gemacht. 9 Gigabyte. Ja. Ja gut, das läuft eigentlich immer so. Du musst mit Markus reden. Ja, keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen von Download. Nein, das war nur Spaß. Der hat mir... Aber du, ich meine, du hättest selbst mal gesagt, dass du 31 bist oder so. Da habe ich irgendwas im Kopf. Also, das ist wirklich so. Ich dachte, du hättest mal gesagt. Das wäre gar nicht mal so verkehrt, ne? Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch... Lass uns direkt Menschen fahren oder so. Ja, kann man machen. Menschen oder Lipovka vielleicht sogar. Keine Ahnung. Mir egal. Also ich habe bisher keine Heilung. Doch ein First Aid, aber sonst eigentlich nichts. Ich kann leider nichts spotten, ja. Lipovka? Ja, ist gut. Lipovka war der Menschen oder so? Wo ist der? Ich komme. Ah, der Mathe ist da, okay. Ich bin da hinten bei den Häusern. Ah, okay. Markus war das, ja. Ne, Uni. Lol. Ja, Uni, du bist wie alt? Uni ist, glaube ich... 23, glaube ich, ist Uni. Nur sein Körper ist schon... Maxi. ...bisschen älter. Dann bitte. Ach, schön. So, lotst mich dann mal einer. Das wäre schön. Ja. Links, 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 links. Genau. Bisschen runter, rechts. Genau, geradeaus. 23 und früh, Ralf. Genau, Uni. Jetzt wieder rechts. Geradeaus. Gut, das Markus hat sich hingemacht und eigentlich 65 plus ist. Die Richtung beibehalten. Da ist es vom gleiche größten Gebäude. Sehr nice. Ja, ich würde nicht dagegen fahren. Wir können ja auch hier noch looten, aber... Oh mein Gott. Hätte ich nichts gegen. Ich habe noch gar keine Waffe, wa? Echt nicht. Ich habe eine Armbus. Na ja, dann kann ich dir eine Mini geben. Da hätte ich nichts gegen einzuwenden. Ja, dann fahren wir hier ran und dann looten wir hier noch. Hier wird zwar schon gelootet sein, aber... War da gerade eine Granate? Nee, nee, ich habe mein... Ich habe irgendein Ding. Wo ist ein... Achso, das war... Mein Scope habe ich weggegeben. Wegen Close Range. Äh, Seppo. Hier, dann nimm du erstmal die Mini. Ich gebe dir mal 40 Schuss. Hier ist ungelootet. Feinste war ich. Hier liegt eine Mini. Nee. Das ist kein... Sorry. Das ist kein... Ich brauche hier jemanden. Ich brauche noch einen Rucksack. Hat jemand hier einen Rucksack? Hier ist ein Rucksack und einer. Na, so weit habe ich auch noch nicht. Ich habe noch gar nichts. Ich hatte nur die Pistole und einen Armbus. Oh, hier ist eine... Äh... Hier ist noch eine M4, Jungs, ne? Äh, ich hole mir die M4. Dann bist du hier drin. Okay, alles klar. Hallo, der Rucksack, wo ist der denn? Bitte. Draußen irgendwo. Vorne rechts. Hier rechts in dem kleinen Raum. Körperlich ist man immer über 80. Okay. Wo hast du denn in den Rucksack gesehen? In dem kleinen Raum rechts. Ah, hier. Okay, danke. Jupp. Na, Cookie, komm. Ihr Frauen seid doch alle so knackig. Ihr seid doch alle knackig und jung und... Ach, oder Uni? Ich frage jetzt mal den Uni. 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 Sag doch du mal dazu was. Wie sind diese Frauen denn? Ich habe jetzt eine M4 mit 4... Oh, hier ist eine K. Hallo, K. Hallo, K. Wo? Als sie mal ein Mikro ziehen möchte, hier liegt eine in dem großen... Ja, in der Halle. Ja. Wenn jemand noch einen 1er Rucksack sieht oder so, wäre nice. Okay, leider nicht. Wie gesagt, hier eine Mikrozie mit 180 Schuss, falls jemand Bock hat. Ja, dafür fehlt mir der Rucksack. Okay, Hochhäuser obendrauf. Ja, wir sollten da noch fahren, wenn wir eh nichts haben. Wir müssen aber halt eh diese Richtung. Mikro, was hast du für einen Scope auf der M4? Ich habe gar keinen Scope. Ehe schon übertrieben, Horny-Uni, ja, dachte ich mir. Gut, ich gebe dir einen 4er. Oh was, danke. Soll. Der, Uni, der hohe Horny, ist er. Ja, guck ihm, schaust du dir den Film dann an, oder was? Aber du bleibst noch ein bisschen bürr bei und so, oder? Ich fahr nicht, ich hab mich mal hinten ran. Ähm, 4er, hier. Ja, dann sag mir doch, dass du es rausschmeißt. Ich find's nicht. Vorne, 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 vorne. Hier liegt's. Vorne, 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 da. Okay, ich hab's. Sehr gut. Ja, ist egal. Ich würd halt, ich würd jetzt erstmal reinfahren, ne? Ich bin mal eben für zwei Sekunden weg. Jo. Du musst hier noch suchen, okay. Gibt's hier nicht bei Amazon? Ich hab jetzt nicht geschaut. Ich weiß schon, wer an mir wäre heißt. Chloe, wie war denn dein Tag heute? Hast du ein bisschen gefeiert, oder? Einfach nur nix gemacht. Erzähl doch uns ein bisschen mal, wie dein Tag war. Erzähl mir eigentlich jeder mal, wie euer Tag war. Außer Uni. Unistar kenn ich. Schon. Achso, ähm, Cookie, den gibt's bei Amazon. Ich hab ihn grad gefunden. Einmal suchen. Der hat aber nur zwei Sterne. Hey, Mathe, dein Film hat aber nur zwei Sterne bei Amazon, ne? Und wie viele Reviews? Ähm, keine Ahnung. Okay, wo sind wir jetzt? Also der Schluss ist, der Schluss ist brutal. Ja, vielleicht guck ich mir nochmal an. Ich stehe auch so ein bisschen auf Horror. Vielleicht guck ich mir nochmal an. Äh, ne, der kostet nix. Ist bei Prime enthalten. Hast du Prime? I spit on your grave, der erste Teil. Ach, dann ist doch der, wo die da geraped werden und so ein Scheiß. Äh, das bleibt einmal zum Prime enthalten. Und dann auf Rachefeldzug geht. Ja. Ja, gut, ich fand den jetzt nicht so krass, aber... Oh ja, Menschen ist gut, Menschen ist gut. Hab ich, glaub ich, irgendwann mal besoffen. Nicht durchfahren, kannst du nicht durchfahren? Okay. Durch den Sound nicht. Äh, Häuser sind auf, Häuser sind auf, Häuser sind auf. Ja. Ich denke, großes Gebäude könnte was sein. Ich seh noch nicht dein Fenster. Ja, ich bin auch gerade am aiten ein bisschen. Ich seh auch nix. Hier ist noch ein Rucksack, in einer Rucksack. Ja, saurig. Ja, ja, hier, hier bei mir. Alles gut. Endlich. Das hab ich noch nie gehabt, hätte ich im Midgame noch nicht mal einen Rucksack hatte. In dem kleinen hier. Ja, passt auf, es kann sein, dass hier ja natürlich jemand, äh, abgesprungen ist oder so. Dass die schon weg sind, lange. Bände. Okay, nicht zwingend. Ein bisschen was liegen lassen. Aber die Muni nicht, ne? Doch, doch, siebener Munition haben wir liegen lassen. Naja, gut. Brauchst ja so viel. Wenn ne Car hast. Also siebener Muni, wenn du ultra viel, was hast du denn für ne Waffe? Ähm, ich hab im Moment ne UMP und ne M416, also die siebener brauche ich nicht drin, die kann ich abdrücken. Ich hätte 23 für die Karte zum Nachladen, also ich würde noch so ein 30er Patzen nehmen. Ist ja perfekt, wenn du es hast. Hier, pack einen. Danke. Ja, sehr. Du hast dir die Creme geschnappt, ey. Mit Abmarsch, sag mal, Mann, na los. Okay. Sebo, alles gut bei dir da oben? Ist keiner, oder? Ja. Na, hier lege ich ne AK ohne Muni. Ja, aber hier liegen auch alle Waffen ohne Muni, also. Ich denke, dass hier das, äh, anfangs... Wollen wir zu Sebo? Ja, ja. Bin ich gerade auf dem Weg. In diesem Haus? Boah, ich hab noch nicht mal nen Verband, ey. Das nervt so, ey. Äh, ich hab ein First-Aid. Ein First-Aid. Achso, warte. Achso, ja, warte, ich geb dir. Sorry, hab ich gar nicht gesehen. Ich hab was. Sebo und Mikro sind so leise. Ja, mute uns mal bitte, danke. Sebo und Mikro sind leise? Äh, warte mal, es kann sein, dass ich die vielleicht irgendwann mal leise gestellt hab. Ich guck gleich mal, warte mal. Mich schaffst du irgendwann mal auf jeden Fall. Der ist aber schon mal her. Nimm das und nimm das hier. Ich hab da noch einen First-Aid. Falls jemand was hat, kann er mir das bitte vielleicht auch. Ähm. Was brauchst du? Der Mikro hat jetzt 80% und der Sebo. Der Sebo ist bei 100, also. Ich guck mal, was ich nicht brauche. Also die sollten eigentlich alle nicht so, nicht so leise sein. Der Sebo. Motorrad. Ne, Dacia. Warte, warte. Fährt vorbei Richtung Osten. Ach scheiße, der fährt vorbei. Nein. Kommt hier her, ihr Dödel. Man hört sich schlecht. Okay, keine Ahnung. Also die, die Lautstärke im Desktop-Audi. Ich kann sie mal... Waschelig etwa. War das jetzt okay? Guck hier, was er gesagt hat. Also du bist auf 100% im Dings und die anderen waren auf... Selbst ähm... Mathe war auf 60 und die hab ich jetzt auf 80 gestellt. Also. Warum liegt hier ein Medkit? Ja, das habe ich überschüssige Sachen getroppt. Ach so. Warte mal. Du hast noch keins, ne? Ja, dann nimm du's. Ja, dann nimm's, nimm's, nimm's. Noch ziemlich viel am Leben. Die scheiß Büsche immer. Also im Osten wäre ich auf jeden Fall keine Bewegung. Da auf Südosten dieses, äh... Diese Häuser... Formatierung, da... Ist nix. Wie hast du... Die anderen sind 95 oder weitergefahren. Ich glaub da sind die Türen auch zu. Wie hast du Seppo denn jetzt gerade gehört? Okay. Die eine ist auf jeden Fall zu. Die andere auch. Weil... Der ist... Der ist... Der ist super Ausschlag. Der ist fast... Der ist im oberen Bereich bei OBS. Der ist wie matt der eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, was da leise sein soll. Ja, komm, die sind zu 95 gefahren. Der eine ist jetzt im kleinen Gebäude. Ganz vorne. Läuft wieder zurück ins große Haus. Ja. Die haben sich da vercampt. Ah, da oben oder was bei Osten? Okay. Da oben, okay. Ja, da oben. Schaut zum Balkon raus. Ja, genau. Ja, gut. Russian bringt dann noch nichts was. Wir haben ja... Ne, gut. Vielleicht kommt ja noch einer hier hin oder so. Wie hörst du die denn? Wie hörst du die denn? Wie hörst du die denn? Oh, ne. Ich weiß nicht, ich hab alles gut. Also der Seppo ist clear, der Mathe ist clear und der Mikro auch. Ich hab jetzt halt neue Headset, ja. Da kann gar nichts passiert sein. Ach so, ja. Ich bin clean. Warst du irgendwie mit deinem... Jetzt bist du lauter auch. Warst du mit deinem Mikro irgendwo weiter weg oder so? Ja. Bisher nicht. Okay. Also auch jetzt gerade schon. Jetzt hab ich das gerade ein bisschen näher. Ja, ja. Jetzt hört mir dich nämlich auch ein bisschen lauter. Ja, ja. Okay, okay. So, wie sieht's bei mir aus? Hört ihr mich wieder? Ja, ja. Ich hör dich die ganze Zeit. Ja, ja. Alles gut. Ja, jetzt hört mir dich ein bisschen klarer, Seppo. Ja, ja. Ja. Na, das ist doch schön. Ja, jetzt ist tatsächlich etwas besser. Und das Vierascope ist richtig dreckig. Ja, das ist krass. Der Himmel ist grau, nicht blau. Ah, da springt einer raus Richtung Bus, äh, 100. Mhm. Ja. Gesehen. Noch einer läuft Richtung 100 zwischen... Ja, ja. Die sind wieder in das kleine Gebäude. Sieh das kleine Hütchen. Mhm. So, ich hab jetzt Mathe auf 70, Mikro auf 105. Und ich hab alles ein bisschen höher gestellt. Müsste jetzt eigentlich gehen. Ich hab die ganze Zeit auf die Fenster geguckt. Da hat keiner. Wie viel in der Munition gibt's eigentlich? Wer braucht? Wie viel? Ich könnte noch 15 abdrücken. Ich brauch die nicht. Also, ich hab 68. Ich brauch aber auch nichts. Ich hab die K, also. Ja, okay. Ja, für die AKM ist es nicht genug. Ich hab 55. Na gut. Wir sind drin und die da oben sind auch drin. Die sind sogar besser drin, ne? Ist ein bisschen... Noch mehr Munition. Das sieht echt dreckig aus. Ich hab was getroppt. 15. Mehr hab ich nicht. Oh, warte mal. Wartet mal, Jungs. Der kommt direkt. Oh, ja. Oh, ja. Komm. Tu es. Tu es. Ja. Auf 320 NW. Ich wusste's. Zu Fuß. Auf geht's. Den schnappen wir uns. Den ziehen wir uns rein. Den ziehen wir uns rein. Ich hab aber keine Heilung, ne? Ich hab genau ein First Aid. Ich hab keinen Booster und nichts. Ebenfalls. Verband hab ich noch. Okay. Er ist aber im Wald. Ich kann euch keine Deckung geben. Ja gut, ich hab nen Booster. Ich hab auch einen Vier-Wachskab mit K. Ich geb den auch Deckung hier. Irgendeiner geht an oder wir killen den Rest der da kommt. Vor allen Dingen, warte mal, wir können doch hier hoch oder? Hier ist doch der Balkon. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist der denn? Ja okay, der ist hier. Ist noch ein Stück, oder? Ist noch ein Stück, ja. Ist noch ein Stück. War das mit dem anderen Haus hier einen weiter? Na, könnten wir, könnten wir. Könnte gehen. Genau, aber hier vorne auf W die, äh. Die Schau. Ah, nein. Und die haben gute Sicht, wenn die da drin sind. Wir werden gleich sowas von zerschossen. Glaub ich auch. Ja, ich denk mal, da wird irgendjemand drin sein. Link positive. Ja, geht ein Motorrad hin. Da kommt schon ein Motorrad. Okay, die parken. Warte, 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 warte. Die snipen wir ab, die snipen wir ab. Also von Westen kommt nix. Scheiße, der Drop ist genau hinter der Ridge. Nein! Ja, der ist genau weg. Nein! Der ist hinter der Ridge. Ich bitte um Ruhe. Ja, die fahren wieder weg. Die fahren schon wieder? Ja, die sind weg. Die sind safe. Die waren auf jeden Fall zu dritt, ne? Da oben sind noch mehr. Auch von 290. Oben auf dem Berg. Ja, die müssten ja jetzt gleich auch reinkommen hier. Ich guck mal, ob die das liegen gelassen haben. Äh, genau Jungs, die müssen reinkommen. Die sind nicht drin. Eben, wir können die eigentlich abfangen. Du hast kein Problem. Ne, die haben alles direkt mitgenommen. Oh, hoffentlich war keine AWM drin, ey. Wobei, ich hab eh nur einen 1er-Helm. Das ist egal, was drin war. Spielt keine Rolle. Auch ein 3er-Helm ist egal. Ja, klar. AWM macht alles kaputt. Ja, AWM, aber wenn keine AWM, meine ich. Hm. Das meinte ich ja. So, wo sind sie denn? Wollen wir ein bisschen, wollen wir dahin? Wir waren irgendwo so bei 92 oder so. Da hin. Ich würd sagen, wir warten einfach auf die. Ich würd auch sagen, oh ne VSS ist im Spiel. Das hört sich aber gut an. Da oben auf dem Dach ist der. Auf 2 Stück, 2 Stück. Ja, aber mit meinem 2er ist das ein bisschen kacke von hier. Oh, ein Hit. Der eine hat einen Hit. Ja, Fenster hat einen Hit von mir. K. Der oben, ich hab oben den genockt. Der mit der dicken Waffe ist genockt. Der auf dem Dach. Ja, der ist genockt. Der ist genockt. Den hab ich genockt. Sehr sauber. Dann muss der andere ja auch gleich auftauchen da oben. Du musst ins Reisen. Okay, irgendwas verpasse ich grad mit dem. Ja, der kommt hoch. Nee. Rechtes Fenster. Okay, ich muss mich heilen. Mittleres Fenster. Ist mir noch ein Booster? Mittleres und linkes Fenster. Ja. Auto. Die müssen kommen, die müssen kommen. Auto fährt er lang. Buggy und Jeep. Ja, gesehen. Gucken sie sich den Top an. Ich seh sie nicht. Ach shit. Die oben kommen raus. Ich kann sie mich sehen. Von meiner Position aus. Ich move weiter vorne. Einer genockt. Nice. Wo sind die anderen? Ich hab jetzt extra auf die M4 gewechselt. Einer kommt noch da. Da läuft der andere links raus. Der kommt über den Hügel. Der kommt über den Hügel. Noch einen genockt. Boah, ich hab nur noch 10 Schuss. So laut. Das wird eng. Über den Hügel? Wo ist der? Welchen? Links der? Ja, Richtung 260. Würde ich seh nicht. Ja, die sind beide tot. Die sind alle weg. Sehr gut, Seppo. Nice. So geil. Nice, nice. Der liegt eigentlich direkt hier vorne irgendwo. Ja, ich kann nicht. Aber ich weiß nicht genau wo. Ich glaub nicht was zu 10. Ja, genau. Das ist zu unsicher. Aber ich glaub die haben ein gutes Loot halt. Beschuss. Beschuss von links. Ähm. Ja, sehe ich. Auf N genau. Genau N. War da zumindest gerade, ne? Ich bin gerade auf dem Weg. Ich bin ein bisschen. Wir müssen eh laufen. Keinen sehe ich Kontakt. Jetzt auch ne mehr. Habe ich auch noch nicht. Vom Drop, ne? Ja, die wollten lieber Drop rein. Ja doch, der ist auf 10. Von mir aus. Oh, ich hab 3 Kills. Das heißt, wenn ich hier auf den Berg gehe, müsste ich ihn sehen. Eigentlich ja, der Schlawenz wird da vorne rum. Direkt. Okay. Da wo ich hin guck. Noch 18 am Leben. Also langsam wird's. Ernst. Ich baite mal ein bisschen. Wir haben null Heilung. Also ich hab null Heilung. Das ist krass. Ich auch. Ich hab auch nix mehr. Und ich hab auch kaum noch Muniz. Okay, okay. Na ja. Ja, ich hab's gesehen. Links vor mir. 3,50 oder so. Ja, sehe ich einen. Ja, der läuft hier vor mir. Ja, der ist vor dir. Ein bisschen wie rechts. Ich geh, glaub ich, in den Rücken von denen. Gucken, ich bin links unten. Ich seh aber keinen. Aufgelaufen. Okay. Okay, hab einen. Weil instant down. Okay. Kontakt in Norden. Äh, an den Häusern ist der Jeep, äh, auf jeden Fall. Äh, ich hab einen Viererskopf, Viererskopf, irgendjemand. Ach, scheiße, die Zone kommt schon. Ja, im kleinen Hause seiner. Boah, der noch ne dicke Wummel, wa? Der weg. Ich bin ausgenockt. Mikro, kannst du mich kurz holen, komm? Ich bin hinterm Baum in Sicherheit. Ja, ist gleich lauf. Die Zone kommt, scheiße. Ja, die Zone kommt, Jungs. Sorry, aber scheiße. Ich weiß denn noch. Mal gucken, ob er uns anschießt. Wo war der genau ungefähr? Der war im kleinen Haus. Ich hab keinen Schuss mehr, fuck. Ja, und der zieht auf mich. Ich bin down. Ich muss da hoch jetzt. Scheiße. Was hat der denn da für ne Waffel? Zevo, hast du? Okay, alles klar. Alles klar. Was? Vergiss, den kriegen wir nicht mehr. Scheiße. Ich hatte aber auch nix. Nein. Die Zone hautsch. Boah, ich hatte keine Munition mehr, ey. Die Zone ist für mich denn. Freulich. Aber drei Kills. Reich. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Hoffentlich schaffst du's, Matta. Ich befürchte nicht. Deine Booster. Doch, du hast noch mehr als genug. Du bist knapp hinter mir. Lauf schon. Vielleicht kriegst du überhaupt zu essen, oder? Okay, da läuft einer weg. Scheiße. Wo ist der? Ja, ich seh' ihn. Er ist auf 30, 35, 40. Tschüss. Hinterm Baum da. Hast du gesehen, Matta? Voll links. Ja. Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn ja gecallt. Da kommt noch einer. Hat einen K-Hit. Eine hat einen K-Hit. Eine hat einen K-Hit. Komm, ich hab doch zuschauen. Okay, was ist das? Einer ist unter dem Stein. Nord-Osten. Jo, der andere ist hinterm Baum. Ne, läuft. Ah. Hit. Hinterm Baum. Nein! Das gibt's gar nicht, Alter. Was ist denn los? Was machst du denn da? Ich hab einen Baum geschossen. Ah, ich weiß. Meiner ist ausgemacht. Meiner ist dead. Headshot. Instant. Yes. Gut. Lucky Shot. Geil. Scheiße, ich auch eigentlich, aber ich hab keine Möglichkeit dahinter zu kommen. Kannst du für mich mit looten? Ja. Ich bräuchte nämlich Booster. Ich bin ja nicht voll Heal und so. Ja, eh auch nicht. Der hat neun Booster. Nein, scheiße. Nehm ich für dich mit. Ja, ich versuche deine Richtung grad zu kommen. Okay. Auch schon zwei. Sehr gut. Wollte grad sagen, der Helm, aber er kann gar nicht, weil ich hab nur eine, aber ich hab die mir den Helm zerberstet. Mann! Oh, Mann, Mann, Mann. Wir sind aber eh, für die erste Runde ist das eine super Runde, ne? Ne, zweite Runde ist das, glaub ich. Ne, erste. Das ist meine erste. Erste? Ist ne gute Runde. Hättest du mir besser gewünscht. Scheiß Loot. Ja, der Loot war, der, 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 der Loot war richtig miserabel, das stimmt. M4 mit 4er Scope hab ich noch nicht so oft gespielt. Leg dich in der Zone gleich mal hin, dann machen wir ein. Äh, 175 glaub ich war einer. Alles klar. Ich scheiße, hier oben ist ziemlich bescheiden. Ähm, hier hinten 55, 55. Ja, ich hab ihn gesehen, aber er uns nicht. Doch, beide. Da sind noch zwei. Kannst du mir einen Booster troppen? Ja. Äh, Zone, Zone. 5, 4. Matja, du bist aus der Zone, du musst laufen. Matja, ich kann nicht. Du bist aus der Zone. Scheiß Zone. Ja, ja. Das hat dir was abgezogen. Jedes Mal hat das Scheiß mal. Also. Hier. 5 Booster. Bandages hast du. Ja, ja. Ne, Bandages hab ich nicht 2. Ich hab nur 2 für State. Okay. Hier. 4 Bandages. SA. Was, was, was? Ah, hier. Okay. Danke, Appell. Passt. Alles klar. Das waren zwei Stück hier links, wo wir auf die wirklich ausnehmen. Ja, ja, ja. Ich muss mich boosten. Ich bin auch geboostet. Und hier oben ist eine SKS unterwegs irgendwo. Äh, Zone spricht für uns irgendwie. Irgendwie. Ich mag solche Zonen überhaupt nicht, ne? Ich behalte Süd, Osten, Süden im Blick. Wenn du da jetzt die umläufst, dann... Nee, nee. Ich weiß gar nicht, was ich... Da wird dir keine Deckung geben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier rechts war nämlich auch noch eine irgendwo. Ja. Wir sind eh in der Zone fast. Also von daher passt das. Wir müssen jetzt zum nächsten Baum hier. Also los. Kommt. Ich bin drin. Ich auch. Oder? Die meisten werden... Die meisten werden nicht von vorne auf euch auflaufen. Scheiße, ich bin nicht drin. Ach, leck mich doch. Ich bin nicht drin. Ja, komm zu mir, komm zu mir. Naja, warte, warte, warte. Ich will links gucken. Boah, der Stein ist eigentlich ganz attraktiv, nur ein weiter rechts. Der Stein ist scheiße attraktiv, aber nicht für die nächste Zone. Okay, jetzt ist er aktuell... Jetzt ist er aktuell... Zum Vorbeilaufen schon. Jetzt zum Vorrücken ist er aktuell. Da oben links, ja genau. Da vorne, in der Baum. Ja. Äh, 75 und 95. Äh, ein weiter rechts, guck, 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 guck. Ein weiter rechts, ein Baum. Jetzt weiter links. Und dann dazwischen, genau. Und ein weiter links noch der Baum. Uli, interessant. Von oben, von oben. Ja, genau, ein weiter links noch der Baum. Ich seh den nicht hin. What? Ey, die fressen aber auch, ne? Ja. Alter, wird jetzt gerade heal. Der Typ, oh. Nate. Oh, die sind auch noch gefruchtet. Pass auf, der piekt nochmal. Jetzt bleibt drauf. Noch ein Hit. Ey, warte. Renn, renn und renn vor. Geht's, Nate, alter. Fuck, man. Boah, die schmeißen aber auch gute Nades. Die Drecksnade war unglücklich. Der hat sich selber ausgelockt mit dem Nate. Stand da gerade in nem Killfeed. Ja? Der hat sich selbst ausgelockt mit seiner Heide? Der hat seinen Baum geworfen. Anscheinend. Der hat ne Vector hier. Ja, dann krabbelt der. Ja, ja. Saugeil. Noch acht, ey. Oh mein Gott. Viel Munition für nix, ey. Bin in den Arsch geschossen. Nimm mir die ganze Metz mit von mir. Boah, hier ist Party. Uli leg dich am besten auf den Boden und wagt, dass die alle fertig sind. Ruhe. Die liegen. Ich hasse das, wenn die liegen. Ich sehe die nicht. Boost dich, boost dich. Ja, ja, will ich. Will ich, will ich, will ich. Hast du noch Granaten? Und du bist eventuell... Ne, ne, Granaten habe ich nicht. Links an dem Baum am Rand der Zone ist auf jeden Fall nur einer. Hier vor mir liegt irgendwo ein oder zwei Stück. Wenn du noch mehr boost hast, dann kriegst du noch einen rein. Ja, ja, ja. Alles gut. Also links am Rand der Zone dann. advertised Nu. Ja. Woow! Woow! Boja. Hoho. Eil�, der вариантable angekarrt kam, wie so ein Hauljäger. Finst du laut! Holy Moly. Aha! Extra. wisst ihr was ich gar nicht realisiert hab das ist der letzte war was war das denn für ein verhalten so der renalz